So, bevor das Video beginnt, noch ganz kurz. Ihr seht schon, ich hab mir einen zweiten Account erstellt, um Arena zu spielen, weil am Anfang sind ja die Gegner jetzt nicht wirklich die besten. Ja, die sind mega schlecht am Anfang und da kann man gut Kills machen. Creator Code Arena will ich nicht vergessen, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt. Und ja, los geht's. Oh, die lila ne Pump, ah fuck. Easy. So, blauer R. Hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. Ja, der ist ganz unten. Nice. Ja, da ist noch einer. Alter, wie schlecht die Gegner sind, ne? Die hätten nichts gecheckt. Nein. Fuck. Nice. So, da vorne sind aber noch mehr irgendwo. Hä? Fandst du eine? Zwei hundert. Okay, das könnte auf jeden Fall eine gute 20er werden. Ich muss jetzt nur noch Gegner finden. Oh, Klammer. So, am besten gehe ich mal. Ach, Richtung Boot Lake. Ja, da vorne. Okay. Ich bin noch von woanders, oder? Da haben sich die Minis aber gelohnt. So. Was macht der denn? Also, das macht ja so Bock Durch die Gegner zu spielen Hä? Ah doch, hier ist einer Nein Mit seinem Hund Hä? Ich glaube, der hat sich das Spiel erst heute geholt Fuck, jetzt habe ich gar kein Holz mehr Ah, da, ganz hinten oben Ist jemand So, da ganz hinten kämmt einer Und dann pack, ich glaube... Von Flur So, da ganz hinten So, da ganz hinten So, da ganz hinten So, jetzt der andere Nice So schnell weiter Ah, da kommt der andere So 20 Kills auch endlich mal geschafft Killt euch nicht Okay So So Okay, 22 Ja, da hinten ist jemand Der landet im Baum Oh, schwarzer Ritter sogar So, 23 So, komm her So, komm her Was macht der Hä, bin ich in Season 1 Okay Der ist tot Komm, den letzten noch Trickshotten Oh, ich hab nur noch einen Hängegleiter 26 Kills, fast 30 Kills Okay 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 Okay